Hallo Crab Cakes! Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video über unseren Online-Shop. Denn in den letzten Tagen haben wir da viele neue Produkte reingehauen und einige neue Funktionen sind dazu gekommen. Außerdem zeige ich euch einfach mal ein paar Kategorien, wo man Sachen findet oder einfacher findet. Und am Ende zeige ich euch dann, wie man ein Produkt bestellt. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken. In der Kategorie Neu findet ihr die neuesten Produkte der letzten Tage und Wochen. In der Kategorie Bestseller findet ihr eure Lieblingsprodukte, die am häufigsten bestellt wurden. In der Kategorie Sale haben wir derzeit 81 Produkte, die für euch im Angebot sind. Unter Handmade Schmuck findet ihr unsere handgemachten Figuren. Nur nochmal zur Info, die Sachen sind wirklich von Hand gemacht, ohne Formen, alles freihand modelliert. Deswegen ist die Lieferzeit und Produktionszeit bei uns etwas lang. Aber da seid ihr auch bisher immer sehr geduldig mit uns gewesen und dafür nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Ganz neu haben wir die Kategorie Modeschmuck. Dort haben wir eine kleine Auswahl an Modeschmuckartikeln für euch zusammengestellt, die wir ganz cool fanden. Unter Ketten und Armband Basics könnt ihr euch zusätzliche Ketten oder Armbänder bestellen zu euren Anhängern. In der Kategorie Plugs und Piercings findet ihr verschiedene Arten von Plugs. Zum Beispiel hier 2D. Das sind quasi handgezeichnete, aufgedruckte Motive. Oder 3D-Plugs mit modellierten Figuren oben drauf. Unsere beliebten 3D-Tunnel. Das heißt, die Tunnel haben eine kleine Figur in der Mitte drin. Dann haben wir die Plugs Basics, die sind nicht angemacht, deswegen auch was günstiger als die handgemachten Sachen. Dann haben wir für alle, die ihre Ohren gerne dehnen möchten, auch ein paar Dehnschlicken und Dehnstäbe da. Für die Nicht-Plug-Träger unter euch haben wir natürlich die Alternative mit Fake Dehnern, 3D-Fakes und normalen Fake Basics. Und vor kurzem auch erst hinzugekommen, haben wir jetzt ein paar Bauchnahmepiercings. In der Kategorie Fashion findet ihr Tanktops, Shirts, Hoodies, Beanies und Jutebeutel. Unter Lifestyle findet ihr Handyschalen, Kissen, Tassen und ganz neue Fotohalter. Unter Goodies findet ihr momentan ein paar Sticker von uns. Wenn ihr nicht wisst, was ihr zum nächsten Anlass verschenken wollt, könnt ihr euch hier zum Beispiel in unserem Shop Gutscheine aussuchen, die ihr verschenken könnt. Und Custom Made ist unsere Kategorie für Sonderanfertigungen. Oft werden wir gefragt, wie das eigentlich funktioniert mit den Sonderanfertigungen. Wir haben es hier noch mal in drei Schritten kurz erklärt. Wenn ihr einen Wunsch habt für einen Anhänger, für eine Standfigur, für eine Tattoo-Vorlage oder sonst was, dann schreibt einfach unserem Support an support.crabware.com eine möglichst genaue Beschreibung eures Wunsches. Dann können wir abschätzen, ob sich das überhaupt realisieren lässt und wie viel es kosten wird. Wir werden euch dann einen Bestell-Link zuschicken, den ihr dann nutzen könnt für eure Bestellung. Und ja, das war's eigentlich schon. Wenn ihr Fragen habt zu einer Bestellung oder allgemein zum Shop oder irgendwie Hilfe benötigt, dann könnt ihr über diesen Knopf direkt eine E-Mail schreiben an unseren Support. Ihr tragt einfach euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein, gebt euer Anliegen hier an und schreibt die Nachricht hier unten rein. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch vielleicht in unsere FAQs gucken. Vielleicht wird die Frage dann auch direkt beantwortet. Ansonsten, wie gesagt, einfach unseren Support schreiben. Der hilft euch immer gerne weiter. Wenn ihr Fragen zum Versand und der Lieferung habt oder zu den Bezahlmöglichkeiten auf unserer Seite, dann könnt ihr hier einfach über diese Links auch noch mal ein paar Infos dazu finden. Wenn ihr einen bestimmten Artikel sucht, könnt ihr dazu natürlich gerne die Suchfunktion nutzen. Ihr tragt einfach den Suchbegriff dort ein, klickt auf Suchen und dann werden euch alle möglichen Ergebnisse angezeigt. Ich werde dann zum Beispiel den Zombie-Teddy mit Babyboo aus. Hier ist eine ganz neue Funktion und zwar ist das die Favoritenliste. Das heißt, wenn ihr im Shop einen Artikel findet, den ihr total toll findet und vielleicht für den nächsten Einkauf vormerken wollt, könnt ihr es einfach über dieses Herzchen hier machen. Einfach draufklicken und der Artikel ist in der Liste gespeichert. Wenn ihr nun einen Artikel kaufen wollt, dann könnt ihr hier noch ein paar Optionen angeben bei den meisten Produkten, so wie ihr es haben wollt. Klickt auf in den Warenkorb. Falls ihr einen Gutschein habt, dann könnt ihr hier den Code eingeben und den anwenden. Der Betrag wird automatisch abgezogen von der Gesamtsumme. Bevor es dann weitergeht, solltet ihr die AGB von uns lesen und akzeptieren. Erst dann könnt ihr einen Schritt weiter gehen. Unter Lieferangaben schreibt ihr bitte euren kompletten Namen mit Vor- und Nachnamen hier oben in das Feld rein, eure Adresse, den Ort und die Postleitzahl und bitte hinterlegt eine Telefonnummer, falls wir Fragen zur Bestellung haben oder falls es irgendwelche Probleme gibt und wir euch anrufen müssen. Unter Zahlungsarten habt ihr die Möglichkeit zwischen PayPal und Banküberweisung zu wählen. Falls ihr PayPal auswählt, werdet ihr später auf die PayPal-Seite weitergeleitet, wo ihr eure Daten eingibt zum Bezahlen oder ihr wählt Banküberweisung und euch werden die Bankdaten nochmal hier angezeigt, aber keine Sorge, die braucht ihr euch nicht aufschreiben. Ihr bekommt nach der Bestellung eine Bestellbestätigung per E-Mail, wo nochmal alle Kontaktdaten drinstehen. Falls ihr noch eine Information zu eurer Bestellung hinterlassen wollt oder irgendeine Anmerkung, dann könnt ihr das hier machen. Ich empfehle euch direkt ein Kundenkonto anzulegen, weil auch so eure Favoritenliste zum Beispiel in eurem Kundenkonto hinterlegt ist und ihr immer darauf zugreifen könnt. Ansonsten gebt ihr einfach hier eine E-Mail-Adresse ein. Passwort braucht ihr dann natürlich nicht eingeben, wenn ihr kein Kundenkonto erstellen wollt. Und dann geht es schon zum letzten Schritt. In der Bestellübersicht kontrolliert ihr bitte nochmal alle Daten, damit eure Bestellung auch wirklich den Weg zu euch finden kann. Mit einem Klick auf jetzt kaufen bestätigt ihr final diese Bestellung. Nun solltet ihr eine E-Mail bekommen haben mit einer Bestellbestätigung. Falls ihr keine bekommen habt, meldet euch gerne über Facebook oder hier über den Support-Knopf bei uns. Wir kontrollieren dann, ob die Bestellung wirklich eingegangen ist. Bis zum nächsten Mal.